Antragsmanager, der Albtraum jedes Beamten. Wollen Sie eine zuverlässige Methode in der Hand haben, mit der Sie sich souverän gegen hochnäsige Beamte, Behördenwillkür und fehlerhafte Bescheide wehren können? Dann lernen Sie die fantastische Macht kennen, die Ihnen einen Antrag verleiht. Und stellen Sie solch einen Antrag demnächst komfortabel, sicher und zuverlässig, einfach mit Hilfe Ihres Personalkomputers. Machen Sie per Computer gestützten Anträgen sämtlichen Staatsdiener gefügig, Ordnungshüter ebenso wie Richter, Finanzbeamte und so weiter. Sie alle zittern vor der Macht des Antrags. Und dank der Anregung dieses Programmes zittern Sie auch vor Ihnen. Setzen Sie bei Konfrontationen mit Behörden und Ämtern die Macht des Antrags ein. Und realisieren Sie ihn bequem mit Ihrer Kreativität und mit wenigen Mausklicks. Lassen Sie sich von unseren Staatsdienern nicht länger alles gefallen. Sitzen Sie nicht dem folgeschweren Irrtum auf, der da heißt, gegen die da oben kommen wir kleinen Bürger ja doch nicht an. Beamte hassen Anträge, denn sie machen Arbeit. Und Beamte müssen sich von Gesetz wegen mit solch einer schriftlichen Eingabe befassen, ob sie wollen oder nicht. Und meistens wollen sie nicht. Deshalb schlagen Sie oft schon nach eins, zwei oder drei, spätestens vier Anträgen entnervt auf die Seite des Bürgers, weil sie einfach wieder Ruhe in der Amtsstube haben wollen. Merken Sie jetzt, wie viel Macht solch ein Antrag in Ihren Händen entwickeln kann? Holen Sie sich deshalb jetzt mein einzigartiges PC-Programm der Antragsmanager. Damit gelingt Ihnen jeder zielführende Antrag mit schlafwandlerischer Sicherheit und wenigen Mausklicks. Einfacher und komfortabler kommen Sie nicht zu Ihrem guten Recht bei Behörden. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.